Also ich denke, ein grosser privater Erfolg war für mich die Gründung des Lichtathletik Club Luzern. Wir waren damals eine Viergruppe von 28-jährigen jungen Männern und haben damals einen Club gegründet, eben den Lichtathletik Club Luzern, aus alten Strukturen, die wir auflösen wollten. Und das war sehr spannend mit den Verhandlungen, mit den alten Club, dann auch mit der Stadt. Da hat man sehr viel gelernt, betreffend Taktik und das man zielorientiert arbeitet. Ja, da muss ich ein wenig schmunzeln. Das war 1996. Wir hatten eine Mitarbeiterorientierung. Der CEO hat mitteilt, dass ich neu in der Geschäftsleitung und der Gruppe sind. Vorher wurde das nicht abgesprochen mit mir. Im Nachhinein muss ich sagen, das war pragmatisch und soweit ist das auch für mich gut herausgekommen. Und ich glaube auch für die anderen Beteiligten. Ich führe eine Geradlinie nach Zielvereinbarungen. Ich denke, was mich auch ausgezeichnet, ist die Tatsache, dass wir doch ein Team haben, das seit mehr als 10 Jahren zusammen ist. Das heisst, das hilft natürlich auch in der heutigen Zeit, um entsprechend die Ziele, die man hat, zu erreichen. Ich bin sehr gerne Skifahren im Winter. Dann auch Schwimmen. Dann bin ich früher ein 800 Meter Läufer gewesen. Ich gehe auch heute noch gerne. Ich gehe rennen und laufe auch ab und zu mal einen Marathon. Ich fasziniere mich bei der Comaxe, dass ich in meinem Industriebetrieb arbeite. Sehr spannend im Finanzbereich. Und dann auch die Internationalität. Wir haben 40 Gesellschaften. Ich reise im Jahr über 100'000 Meilen. Und dann sieht man viele Kulturen. Man hat hier ein sehr spannendes Umfeld.